Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir befinden uns in Modern Warfare 2. Ihr habt euch gewünscht, ein Kistenkrieg. Euer Wunsch ist mein Befehl und diesem Befehl ist auch der Alleyboy gefolgt. So, auf die Plätze, fertig, los. Attacker! Aufs Himit-Gebrü! Was, woher meinst du eigentlich einsetzen? Ja. Ja, natürlich, dafür herrschst du dich. Ich dachte, das wäre dafür, dass du es nicht auszusehen einnimmst. Aua, 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 aua. Sag mal, lass dir mich mal leben, hier. Hallo, was soll denn das hier? Geht auch nicht. Machen die dich put? Ja. Hallo, Freunde, hier. Wo hängst du denn? Ach, da oben. Leid nie mehr, Freundchen, nicht mit mir. Scheiße, ich bin wieder am Arsch der Welt gespawnt hier. Da fehlt irgendwie so ein bisschen die Musik in MB2, ne? Und da gab es zwei verschiedene Musik in der Grund, aber hier? Ich weiß nicht, was ich von der M4 halten soll, ich triffe damit nicht. Trifft nicht? Oh. Ich habe früher nicht einen Pantan. Ja, hierhin, nein, nein, zu mir mussten die. Du musstest auf die andere Seite werfen, das sind die Regeln von Kistenkrieg. Ich komme dann auch mal mit Vorreden. Ach, scheiße, ich hätte die Vorreden... Oh, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tino? Oh mein Gott. Oh mein... Oh, oh, oh. Ich hoffe, irgendwer von euch hat eine... ...Dinger dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss erst die eine auslösen, glaube ich. Nein, nein, erst mal alle aufs Sammeln. Verbündete AC, 1001. Ja! Ja, wie es mir gedacht hat, ey. Direkt, Alter. Komm, direkt. Was ist los? Das wird ein 100+. Das wird... Kann sie mal am Südkrolli legen, hier! Wie unten fährst das denn? Gut, ja! Ey, ich habe noch einen Notfallattrof. Ja, aber wenn das für mich ist, dann noch nicht zu mir. Warte, bis die AC weg ist. Ne, ne, nicht für mich. Notfallattrof? Notfallattrof? Warte, er ist... Ja, er ist... Alter, wenn da noch eine AC drin ist, ne, dann leck mich am Arsch hier. Hörst du mal auf, da oben, oder? Du schießt! Oh, die Stimme ist einfach der Burner. Oh, Teno, nimm mit mir, Freundchen. Räuch dich. Geh er nicht die Notfallattrof anvisieren? Nein. Oh, naja, geht. Dürfen wir eigentlich die Munition auffählen, wenn du welche hast? Äh, nein. Leider nicht. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass da noch eine AC liegt? Wer kommst denn da drauf? Weil ich gerade in, ähm, äh, im Dingens, ähm, hier, Killcam gesehen hab. Oh mein, was ist da drauf? Ach, Mann. Teno. Was denn? Hörst du dich? Ach, komm. So schlimm ist es doch gar nicht. Hört aber auf, auf mich zu ballern! Nein, ich bin gestorben, aber ich habe Vorwärter. Jetzt wüsst du was zu spät hier. Oh Gott. Okay, ich warte, bis Teno erst jeder da ist. Hat er nichts für mich vorläuft. Äh, vorhin. Gott. Ich mag die Seite nicht. Ja. Nein, ihr habt einfach noch ein paar Vorteile. Teno. Nein, nein, nein. Nein! Lässt du das mal? Kommt der gleich hoch. Teno! Ist gut jetzt! Schieß doch mal andere Leute ab, nicht nur auf mich! Jetzt! Jetzt! Hörst du! Sag mal! Verzeihung! Ich schieb zu wenig ab! Ach, der ist schon weg und ich schieh lauter drauf. Oh, lass mich noch mal jetzt hier. Ich habe drei Kills! Drei fucking Kills! Wie am Rage ist das? Oh, so genial! Warum klingelt jetzt nicht so? Nächste Vorräte nochmal! Nächste Vorräte! Zwerf die rüber! Hier über die Brücke musst du die werfen! Ja, genau! Jetzt hier nur für dich! Ich bräuchte mal Munition, Alter! Weil ich die zwei von nur schau bin! Da spielt einer mit der M16! M16? Nein! Nicht mit der M16 spielen! Wer auch immer sowas macht! Das ist nicht erlaubt, meine Damen und Herren! Das sieht man an dem Bild, ist anders von den anderen! Ich glaub der hat das mit der Waffe nicht verstanden! M4A1! Wer auch immer das nicht verstanden hat! Aufklärungsdrohne online! Sag mal! Hört die mal auf mich zu ballern! Ah ne, Early! Die kriegen die Vorräte von Early! Ich werde den nicht kaputt verdammte Scheiße! Ja, ich bin auch ein Tino! Hätten die irgendwie, keine Ahnung, Dinge nehmen können? Nein, nimm deine Intervention! Bitte! Tino, mir fällt da was auf! Mir fällt was auf? Ich hab aus Versehen, die M16 den genommen! Ja, mein ich doch! Die sollst du bitte rausnehmen! Nimm der M4! Wir haben hier, alle sind schon ausgenommen gestorben, dass hier überall irgendwo ein gehen muss! Weißt du? Jetzt ist es zufällig! Das heißt, die Teams sind zufällig! Ich hab mir keinen ausgesucht und Tino hat sich keinen ausgesucht! Und trotzdem kriegt mein Team jetzt auf die Reihe! Was war denn das? Nein! Ich brauch Kisten, Leute! Kisten! Notfallabwürfe! Ja, tut mir leid! Ich krieg mit der Waffe nichts hin! Ja, ich merk das schon! Ich bin so schlecht im Snipern hier in MW2! Oh Mann! Die haben richtig gute Positionen da oben! Ja! 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 Die haben da drüben die Sandsäcke! Ja! Das sind doch ziemliche Säcke! Ja! Wir tun ja da nochmal wechseln! Ja! Wir tun ja da nochmal wechseln! Ja! Weg zu Ballern! Nein! Aha! Tino! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Vorräte sind unterwegs! Du, Hitmarker verteilt diese Waffe! Das ist ja links von dir! Ich bin so schlecht im Snipern in MW2! Und und und! Oh Mann! Ach na ja! Wo ist es denn für dich am leichtesten, Tino? Was? Sniper! Sniper! Wer fehlt? Wer fehlt? Wer fehlt? Wer fehlt? Hast du Vorräte? Hörst du mal auf damit, Tino! Was denn? Ja! Ich blockiere Leih auch hier! Ja! Ja! Du kannst das auch abschießen! Das bringt dir nur nix! Ja! Das ist ja das Problem! Wer wollte nochmal das MW2 spielen? Schauer! Gehnt euch! Gehnt euch alle! Nein! 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 Ich nicht! Nein! 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 Okay, so schlecht bin ich jetzt dann doch nicht anscheinend! Hilfe, ich hab Angst! Dino die machen die Auer! Ich hab ihn doch getroffen! Verdammte Scheiße! Alte da kam gerade ein Messer geflogen! Ja! Ohne Vorräter! Oh das war voll falsch geworfen das Wurfen ist! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich dachte, die Kiste hätte mich fast geschlagen. Oh, was haben wir denn da? Hättest du ihn nicht einfach von der Kiste erschlagen lassen können, das wäre sehr sozial gewesen. Da hat irgendjemand eine Granate geworfen. Keine Granaten mehr, meine Damen und Herren! Wir wollen doch... Da ist einer runtergefallen. Ja, das war ich. Warum fallen sie denn runter? Ah, ich war angehittet. Ah, ich hab keine Runde mehr. Da, was kommt da denn? Hallo, nein, hör auf mich zu schießen! Nein, vor den... oh nein! Oh nein, nicht die Kobra. Geh weg. Ey! Was denn? Was denn? Dass sie kaputt wurden? Ich war schon gar nicht. Das wollen wir gar nicht. Mach ich doch nicht, Tino. Wie kommst du denn da drauf? Wer wirft den... wer wirft hier mit diesen Scheiß... Ich hör auch die ganze Zeit... Nein! Haha, ich hab ihn angehittet und der nächste hat ihn weggerotzt. Nein, Black-Granaten waren das nicht, das waren Stein-Granaten, definitiv. Erli! Wo denn? Ja? Wo ist er denn? Aua, 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 aua! Hör mal auf, ey! Hallo? Frisst das? Vielleicht irgendwo anders. Erli steht auf dem Hausdach. Nee, ich stehe auf gar keinem Dach stehe ich. Nein, du... Ja, da hab ich ihn doch. Ey, du... Da hab ich ihn doch. Hier, fress mein Messer! Doch nicht jetzt die Vorrede. Wer hat die jetzt geschmissen? Wer holt denn die Vorrede? Wie geil ist das denn? Bist du denn jetzt wartet? Bist du denn jetzt wartet? Bist du denn jetzt wartet? Wartet! 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 Ihr macht mich fertig! 18-1! Jawoll! So geht das, Jungs! Und es war random! Nochmal! Wir haben random die Leute ausgesucht, ne? Hat doch alles geklappt! Das ist böse! Tötet es, bevor es Eier legt! Schnell! Ey, 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 ey! Ja, tötet die nur bevor er Eier legt! Ich höre nicht, Tino! Nein, mein Spiel reicht! Nicht mehr! Ah! Hä? Ich kann das doch nicht mal abschießen, das Ding da oben! Ja! Also, es ist aber eigentlich... ...Prayflot 2... ...MH Slairs! Nein! 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 Keine Muni mehr! Wie doof ist das denn bitte? Tja! Das Leben ist hart, wa? Tino, wir sterben gerade alle hier... Ja! Ich kann... Was soll ich denn machen? 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 Ja, ja! Bleib mal Leben, Tino! Braucht keine neue Muni! Nick! Keine Muni! Nee, jetzt ist er am Platt gemacht! Das war ja Kacke! Nein, nein, nein! Lass mich doch ein Leben, ey! Jürgen treibt doch deine Lachen! Tino, wo bist du denn? Da! 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 Ja, Entschuldigung! Da schießt... Kacke! Auf dieser Seite ist das alles entspannend! Early Voice, kurz vorm... ...Dino! Kommt zurück! Komm.. Komm, spiel mit mir, Tino. Wirklich? Komm! Tino, komm zurück! Komm! Na? Wirklich? Nein, 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 nein! Hör auf, was mich so schießen! Oh nein! Jetzt kommt er da oben! Nein, 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 nein! Der Guckert! Der Guckert! Der Guckert! admattoir ist die Lache! Nein! Oh, danke! Host, Early. Host. Wie, wie der sieht mich, der trocken! Ich pass! Oh. Du hättest erst mal fast, äh, kill spawn. Ich hab schon gar keine, keine Muni mehr, ey. Wir schaffen schon wieder irgendwie keine Kisten mehr auf einmal. Hier, schießt es ab, schießt es ab, schießt es ab, schießt es ab! Nein! Oh, dann, Harry, das war mein Kill! Ich sag den scheiß Harry, ja. Aber jetzt hab ich zumindest wieder Muni. Ich glaub, der hat mich jetzt für sie genug. Hol mal bitte den Harry. Wo ist der Tino? Ist down. Oh Gott. Munischen. Da ist er, da ist er! Oh Gott, ich hab ihn. Nein, hast du nicht. Early! Ja? Kiste! Ja, ich bin auf Wege. Ja, ich bin auf Wege! Feindliche Vorräte! Sag mal, wo wirfst du die denn? Wie soll ich die denn da runter holen? Wo sind die jetzt gel- Nicht dein Ernst. No, ich hab keinen Bock mehr. Darf ich mir die nehmen? Nein, lass die liegen, falls ich die mal brauche fürs Dinger Oh, Mann Wie der einfach wusste, dass ich da hink Hätte der Fass meine Vorräte erwischt Aber Ah, kacke Na ja, ich meine Leute, was ist denn los mit euch? Ich bin langsam stolz hier auf mein Team Langsam wird das hier Pass auf, hinten bei der Tankstelle Hey, hey Was soll das denn, ihr solltet mich verarschen? Zweimal Munition Weil diese Ausraste, die kenne ich doch irgendwo her Erst kriegst du dich auf, dass du gar nichts kriegst Jetzt kriegst du dich auf, dass du Muni kriegst Also irgendwie musst du dich mal entscheiden Hier, Earlyboy, mein Wurf müssen Fang es, es ist ein Geschenk Doch nicht du Du hast damit nicht gemeint Ja, wo sind sie denn? Nein Ja, die sind alle in diesem Haus da Und außen rum, um das Ey, jetzt Jetzt wirst du aber frech Du stirb endlich mal Niemals, aber Jetzt bist du gestorben Nee, das ist gar nicht ein Nee, das ist schon ein Kannst doch nicht einfach so ein Musikbot ausschalten, dass das Nee Ich hab dich schon öfters ausgesprochen Nee, 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 nee Jungs, ihr müsst jetzt mal wieder Vorräte machen hier Nein, nein, Dino braucht keine Vorräte Könnt ihr ruhig lassen Okay, aber nur für dich, ja? Naja, immerhin Ist halt nix Der Feind blockiert unser Radar Ei, komm, ich hab grad noch Kakashi Du hast es auf mich abgesehen Notfall, Early Hier, wo ich bin, bitte Hier, genau hier Genau hier, genau hier, genau hier Hey, wo, wo, wie soll ich die denn dahinten wegholen? So, Hakuna Matata Hakuna Matata Wiederholt sich jetzt die Castrick wieder Nee Nein, nein, du musst ja gestorben Du wirst jetzt alles Munition aufpassen Zweimal Munition, ich glaub, ist gelogen, ne? Darf ich sie mal einmal holen? Ich hab keine mehr Nein, ihr dürft nicht So, ja, stimmt Ich will einmal Munition haben Timo Oh mein Gott Nicht schon wieder so ein Spartaner Oh, ich hab keine Munition, ey Ich hab zweimal Munition Ich hab jetzt insgesamt schon viermal Munition bekommen Oh, für die Nett Was heißt die, für die? Tino, ich werde Ja, aber ich bin der erste Der Panther hat zu wenig Kills, Jungs Die fliegt nicht zu mir, nein, nein Alter, warum geht denn das nicht? Tino, was ist denn los bei dir? Ich brauch ne M4 Ja Wo ist denn die Scheiß? Er hat zaube Okay Ja, okay, der Heicht ist nicht zu mild Der muss auch immer schaffen Der macht solo 60 Kills Höhöhöh, oh, und der kommt Zum Thema, er macht nie Kills Was? 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 Ja. Ja? Achtung! Feindliche Vorräte! Bisschen was auf Vorrad geholt, Tino. Ey, das ist so bitter. Der kämpft da zwischen den Treppen, das hab ich erst jetzt bemerkt. Oh mein Gott. Das ist der Posi. Ja, ich weiß, weil hier... Aber Leute, wo werft ihr die Dinger denn hin? Vergesst, ich muss da auch noch irgendwie hinkommen. Irgendwer hat grad mit einer Diegel... Ist die... Ey, keine Dinges schmeißen. Haben die eine Diegel, die Leute? Ja, haben eine Diegel. Achso. Feindliche Aufklärung ohne gesichtet. Ja natürlich, ein Dröhnchen. Ja? Wo ist denn das Dröhnchen? Ähm... Keine Ahnung. Irgendwo da. Kiste für Early. Sag mal, hättest du sterben können, bitte? Alter. Nee, danke. Ach, kennst du für mich? Ja, ja. Oder gibt's hier noch nen anderen Early. Äh, weiß ich, ne. Uff. Nein, Tino, nein! Nix da! Ja! Das gibt's doch nicht! Ich geb dir nen Hitmarker am Kopf, Alter! Hab ich grad auch gehabt! Oh ja, oh ja! Das ist... Das ist schnicken! Das ist schnicken! Das ist schnicken! Oh, das ist schnicken! Was ist mit meinen Leuten aus? Leute, macht mal Kills hier! Kills nix! Kills nix! Man kills hier ja nicht einmal! Keine Kills mehr! Oh Gott! Die Ruhe im Karton da drüben! Oh Gott! Kommt denn da? Wenn der perfekt ist... Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich hab Vorräte, Tino! Sehr schön! Ich hab Gehen keine Hand mehr! Oh, der hat keine Munition mehr! Oh! Oder nicht mehr! Nein! Was up? Na natürlich, ich hole den Eindersatz und Töte mit! Nein, 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 nein. Das war leider nur ne Konterdrohne! Liegt hier irgendwo ein Munitionspack rum, Leute? Ja, ich bin grad gestorben an der Burke! Alles gut, aber halt immer auf, ich falle an hier. Äh, fahr mich noch mal in einer Stunde. Nicht, wenn das Spiel zu Ende ist. Ähm, eine Minute noch was. Oh Gott, wir verlieren, Leute. Ja, MB2, Leute. Ihr sollt hier keine Dinge schmeißen, bitte. Der hat sich doch da hingelegt. Ich hab den Körper doch gesehen. Ja, ich komm draußen, wir sind nicht einfach. Ja, die Kiste. Immer her damit. Mach doch mal was. Oh, Mann. Aua. Da hab ich doch grad einen getroffen. Dino, das tat weh. Du hast ihn angehittet, wenn ich da bin. Was soll denn das? Wo hast du denn die Kiste ihn geworben? Aufnachsamer bist du doch, Jan, zu retten. Und Munition. Ich brauch nur noch einen Kill. Du hast echt keine Pech. Ach, Glück, Oli. Rindum. Nein, nein, ihr kommt doch, du hast sie abgemeldet. Ist unmöglich. Ich geb... Ich... Jetzt hab ich den Glück. Ich brauch doch nur einen Kill. Oh Mann. Nein. Nein, ich hatte Vorräte. Aber es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Es gibt noch eine Runde. Es gibt noch eine Runde. Wollen wir die noch fallen? Wollen wir die noch fallen? Ich darf ja die Runde... Ich darf ja die Runde... Oh, nochmal die Seite. Dann sind wir ja nochmal die auf die Seite. Ist ja doof. Oh, Mann. Das ist bitter. Das ist nicht bitter. Die haben sogar besser. Ach so. Nein, ich hab so drei Kill gehabt. Nein, 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 Tino, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Mann. Ja, ich... So einen Hals, oder? So einen Hals. Hallo, Tino. Wo ist er denn? Nein! Hör auf, mich zu schießen, na? Da hin? Nein, es gibt drei! Aua. Ich bin zu doof, ich die Scheibe zu zahlen müssen. Also, es kann nicht sein, dass ich nicht durch diese... ...diese normale Wand durchschieß. Ihr seid da drüben auf den Blechhütten. Achtung! Weißliche Vorreise! Tino! Wer soll was stehen da jetzt? Sag mal! Ja! Neu! Alle in die Deckung! Feindliche Vorräte! Oh, Vorräte? Ah! Hallo! Jungs, was macht ihr? Ich bin zu amassanten Händen, immer noch Vorräte für Alli. Ich seh die einfach nicht. Hallo! Tino, bist du das? Nee. Nee. Nein! Oh, 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 oh! Durch hier! Gibt's nicht! Na, aber ich... Natürlich! Ich guck weg und er schießt mich an. Warum ist denn jetzt die Konterdrohne despawn? Lauter meine Klasse, entlobs ja nicht. Aua! Mich schon wieder von da hinten. Wieder Kalle da hinten, bin ich sicher. Lux! Oh! Sag mal, mit einst du vorräte! delivered her! Der sprayt einfach rein. Oh! Das kann nicht sein. Tino Vorräte. Oh Gott, den Herrn sei Dank. Du bist best of, du bist come back. Scheiße, die sind runtergefallen. Wo sind die denn? Hey! Verhalt dein Messer, hier! Das war ganz schön knapp. Die Messer kommen zu mir geflogen. Wirf doch noch mal eins in diesen Grad. Komm bitte, bitte. Mag dir mal sterben runter? Alter! Habe du schluckst? Ja man, ich schon. Nein, 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 nein! Er hat durch die ganze Fläche und das macht mir nur leicht, Hitmacker. Nein, 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 nein! Tino Vorräte! Ich krieg mich nicht mehr rein. Oh man, ich hätte nur meine Predator haben. Du bist am Ende gewesen! Ja man! Alter! Nicht noch einmal, nicht noch einmal. Oh, dein Sniper! Nein, tu doch! Ein Sniper, der Sniper! Oh Scheiße! Ich sehe das! Oh mein Gott, ey! Ich verstehe es nicht, haben die Feuerkraft mit oder was? Da sind Faute. Nein, ich habe Partliner drin. Ja, weil ich sterbe nach drei Hits und da und für andere brauche ich ungefähr... Ich verstehe das auch nicht. Manchmal habe ich irgendwie 200.000 Hits und oder fünf Magazine und manchmal nur drei Schütze. Nein! Hache Kalle, Hache! Mach das bitte nie wieder. Du hast gerade meinen Rotz aus deinem Kopf geschossen. Nein! Du hast gerade einen Deckung. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott! Nein! Geno! Was denn? Ich habe gerade nur Erdi evitiert. Ich habe einen Schuss, der muss jetzt töten. Verdammt. Nein, nicht schon wieder, du labber! Lassst du mich bei all Ruhe da hinten! Ich treffe mit der Deagle, ich kann damit aber nichts töten. Äh, nein, äh, natürlich, wenn man kein Ding dabei hat, kannst du gar nichts töten. Wenn man kein Ding dabei hat? Mann! Ich meinte damit, äh, Feuerkraft. Ja. Kriegst du wieder, Tino? Ja, dein Ding solltest du mal dabei haben, so. Richtig nervig, wenn du keine Munition hast. Sterb man hier, ich brauch ein Klinderer-Paket. So bitter, das ist so bitter, da oben, nein! Du tötest mich nicht! Da ist einer gestorben, danke für Klinderer-Paket. Oh, wer ist da gerade vor meine Narbe? Oh, ich hab den Klömer-Cloud auf'n Buch. Danke fürs Durchlassen, Leute, seitens wird X. Nein! Ich wollte den Typen im Flug töten. Dann läuft der Typ einmal vor meine Narbe. Tino, 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 Vorräte, Vorräte. Ich komme gleich. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier hinten. Warte, ich komme gleich. Oh Gott! Warte! Okay, ja, ja. Tino, du musst dich aufholen. Lieg nochmal, Tino! Hinten! Leute, wo sind denn jetzt die Vorräte? Was ist los hier? Nein! Wie kannst du mich da abschießen? Voll, Mann! Durchs Dach! Ja! Ja! Oh, Entschuldigung! Tino! Tino! Gönn dir! Tino, wenn ich jetzt so eine Waffe von einem Kameraden aufnehme, darf ich dann auch die M16 benutze oder soll ich trotzdem auch die M4 benutzen? Immer noch die M4. M4, weiterhin. Verbündete Highway er kommt! Oh, oh! Entschuldigung, ja. Oh, Tino, ich hasse dich! Erli, hast du noch Mut drin? Ich war so ein Korn für den Predator! Los, Erli! Ganz schnell runterholen! Ja, warte! 3, 2, 1, weg da! Er soll keinen... Er darf keine Kills kriegen. Ich muss jetzt das erste Mal gegen ihn gewinnen. Aha! Nein, 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 nein! Hörst du mal auf, um mich zu ballern dahinten? Ist der Musik-Bot, du bist so ein... Hallo, Tino! Hallo, Tino! Hallo, Tino! Nein, das war gar nicht, Tino! Nein! Das war gar nicht, Tino! War klar, dass das wieder Kalle sein muss. Überall. War kein Sniper. Eigentlich bist du mal links und bloß mit dem Headflutsch weg. Oh, schade. Ich hätte mich von dem Würfen, dass er gerne klingelass. Mann, Erli Boy will nicht sterben gehen. Hier bin ich! Komm doch, schieß doch! Ey, Erli Boy will nicht sterben. Was? Was? Alter, von wem kam das besser gerade? Ich dachte, du hast auf mich geschossen. Ja! Tino, ein Kino, dann Vorräter. Sehr schön. Tino, ich hab das sehr, sehr gern. Weißt du das? Es ist Notfallabwurf unterwegs. Was? Notfallabwurf? Was? Ihr seid ja geil. Ist das euer Ernst? Wie geil seid ihr dann? Ach, Junge. Jetzt hat er gewonnen. Spätestens jetzt hat er gewonnen. Ne, da ist nur Scheiße drin. Zweimal Muni-Sache. Ne. Ich sage... Einmal Muni. Es ist nur Stuted. Okay, Moment, Moment. Vielleicht hat der Eisen ja noch... Tino braun nicht, bitte. Das stören wir... Pink Panthers Sigistere hier. NEIN! WALT! Doppelabschuss! Alter, du musst deine Kills halten. Machen wir Kills. Ja, das liebt doch noch. Da steht ein Geschütz. Ich hab das gesehen. Linke Brücke, Geschütz. Meine Tastatur hat sich schon wieder abgeworfen. Wie soll das? Glück endlich. Wie geil. Ne, nur da ist noch was für dich. Wo denn? Oh. Mit mir mit auf. Du sollst ein Messer behalten. Will keiner haben. Ey, Granate! Ey, wer schmeißt da Granaten? Jetzt hab ich dich. Oh Gott. Da hinten ist eine Wecker Rush. Nein! Leute, hier liegt man für dich. Aber da sind wir jetzt gerade nicht hinrennen. Jetzt kannst du hinrennen. Kommt halt ohne in der Luft. Oh ja, natürlich. Nichts normal. Ja, Geschütz, du wartest doch nur auf mich, ne? Ja. Du wartest doch nur, dass ich dann schon wieder vorbeikomme. Ja. Das ist doch so bitter. Du kannst nicht mehr... Fuck! Ich hab eins immer von Luft verloren. Aber ich will immer noch. Hast du mich gehintet, ne? Hä? Ja, hab ich. Wenn Janus hab ich mir auch gerade geholt. Das ist bitter, dass ich seh sie gar nicht, weil... Aua, von wo denn? Ah, was? Ich hab eigentlich gedacht, das wär das Geschütz. Unglaublich. Wer schmeißt denn da als Granaten, bitte? Ich hab keinen... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur... Die Zeit wird knapp! Boah, Eckfighter sch... Ich kann... Jetzt so kurz vorm Ende. So kurz vorm Ende. So kurz vorm Ende. Ja, ich hab... Ja, natürlich. Nein, nein, nein. Du das... Nein, mach das nicht. Warum kann ich... Dich durch die Wand schießen? Ich hab nur noch mal vorm Ende. Ich hab nur noch mal vorm Ende. Ich hab grad einen Notfall am Vorm und jetzt ist mir zu Ende. Das ist doch nicht wahr. Warum kann ich dich durch die Wand schießen? Jetzt. Ich war so kurz. So kurz. Ich war so kurz vorm... Vorm Ding ins Teil. Ey, lieber, du hast trotzdem gewonnen. Ich war so... Ich hab da nicht einen Chopper genommen! So, ich hoffe, wir konnten euch euren Wunsch erfüllen. Und wenn es euch gefallen hat, wir mehr von MB2 zeigen sollen, dann lasst dem Video beziehungsweise beiden Videos ja mal einen Daumen nach oben da. Denn, äh... Richtig, abgeschleckt auf Earlyboy seinem Kanal. Und, äh... Der ist bei mir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das letzte Wort hat Earlyboy. Immer schön durch den Slip atmen. So sieht's aus. Und frei schwingen lassen. So, tschüss! 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 Tschau! Tschau! Wodka!